Hallo liebe Freunde, die gerade zuhören. Heutzutage geht es uns materiell wirklich besser als früher. Aber die Krankheiten, die nehmen immer weiter zu. Es scheint fast so, als würden sie in Scharen auftreten, von Hautentzündungen über Lungenentzündungen bis hin zu Leberkrebs, Magenkrebs und Blutkrebs. Solche Krankheiten bringen viele Familien in große Sorgen. Am traurigsten ist es, wenn junge Menschen ihre Liebsten wegen dieser Krankheiten viel zu früh verlassen müssen. Ein Nachbar von mir, gerade mal Anfang 30, ist ein trauriges Beispiel. Sein Körper war von Krankheiten geradezu geplagt. Seine Familie tat alles, was möglich war. Von westlicher Medizin bis hin zu traditionellen Heilmitteln. Von hochwertigem Ginseng, Vogelnestsuppen bis hin zu Raupenpilzen direkt aus China. Doch am Ende konnte nichts helfen und er musste seine Frau und Kinder zurücklassen. Ganz anders ist es bei meiner Großmutter. Sie ist fast 100 Jahre alt und ein Bild von Gesundheit und Lebensfreude. Sie ist geistig fit, körperlich aktiv und macht alles selbst. Vom Tee pflücken im Garten bis hin zu kleinen Arbeiten im Haushalt. Sie geht sogar mehrere Kilometer zu Fuß, nur um ihre Enkel zu besuchen. Die Nachbarn fragen immer wieder, wie schafft sie das nur? Ihre Antwort überrascht alle. Ganz einfach. Ich esse kaum Reis, dafür aber regelmäßig drei bestimmte Wurzelgemüse. Das klingt so simpel, dass jeder staunt. Die erste dieser Wurzeln ist Erdnuss oder wie wir sie nennen, die kleine Wunderknolle. Erdnüsse sind nicht nur ein leckerer Snack, sondern auch eine wahre Nährstoffbombe. Sie enthalten hochwertige Proteine, gesunde Fette und Ballaststoffe. Besonders die ungesättigten Fettsäuren in den Erdnüssen sind gut fürs Herz. Studien zeigen, dass der regelmäßige Verzehr von Erdnüssen das Risiko für Herzerkrankungen um bis zu 13% senken kann. Außerdem stecken sie voller Magnesium, Vitamin E und essentieller Fettsäuren, die helfen, den Cholesterinspiegel zu senken und das Risiko von Blutgerinnseln oder Schlaganfällen zu reduzieren. Aber das ist noch nicht alles. Erdnüsse enthalten Arginin, eine Aminosäure, die die Durchblutung fördert, indem sie die Blutgefäße erweitert. Besonders für Männer kann Arginin bei der Behandlung leichter bis mittelschwerer Erektionsprobleme helfen und die Qualität der Spermien verbessern. Und für alle, die Muskeln aufbauen wollen, sind Erdnüsse der perfekte Partner. Mit ihrem hohen Proteingehalt fördern sie den Muskelaufbau und die Regeneration. Besonders in Kombination mit Krafttraining. Aber Achtung! Nicht jeder sollte Erdnüsse in großen Mengen essen. Wer abnehmen oder an Gicht leidet, sollte vorsichtig sein, da Erdnüsse kalorienreich und reich an Purinen sind. Die zweite Wurzel auf der Liste meiner Großmutter ist Süßkartoffel. Ein günstiges und vielseitiges Superfood. Süßkartoffeln sind reich an Ballaststoffen, die die Verdauung fördern und Verstopfung vorbeugen. Außerdem enthalten sie Beta-Carotin, das im Körper in Vitamin A umgewandelt wird und die Augengesundheit unterstützt. Besonders Diabetiker profitieren von der Süßkartoffel, da ihr niedriger glykämischer Index hilft, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Und das Beste. Süßkartoffeln sind ein Geheimtipp für alle, die abnehmen möchten. Obwohl sie Kohlenhydrate enthalten, sorgen ihre Ballaststoffe dafür, dass man lange satt bleibt und weniger nascht. Zudem sind sie reich an Antioxidantien, die den Alterungsprozess verlangsamen und vor chronischen Krankheiten schützen. Kein Wunder, dass Süßkartoffeln ein fester Bestandteil im Speiseplan meiner Großmutter sind. Die letzte Wurzel, die nicht fehlen darf, ist Ist-Kurkuma. Ein wahres Wundermittel. Der Wirkstoff Curcumin in Curcuma ist bekannt für seine entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Studien zeigen, dass Curcumin helfen kann, Arthritis, Leberentzündungen und sogar neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer vorzubeugen. Curcuma tut auch der Verdauung gut. Es lindert Blähungen, schützt die Magenschleimhaut und hilft bei der Heilung von Magenproblemen. Besonders Frauen profitieren von Curcuma, da es hilft, den Hormonhaushalt auszugleichen, die Haut zu pflegen und Wechseljahresbeschwerden zu lindern. Für meine Großmutter ist Curcuma daher nicht nur ein Gewürz, sondern ein unverzichtbares Naturheilmittel. Wie man sieht, liegt das Geheimnis eines langen und gesunden Lebens oft in den kleinen Dingen. Erdnüsse, Süßkartoffeln und Curcuma, das sind die einfachen Zutaten, die meiner Großmutter geholfen haben, fast ein Jahrhundert voller Energie und Lebensfreude zu genießen. Vielleicht sind es gerade diese alltäglichen Lebensmittel, die auch uns ein Stück Gesundheit und Wohlbefinden schenken können. Während einer Behandlung, besonders in akuten Phasen, ist es wirklich entscheidend, auf die Ernährung zu achten. Manche Lebensmittel, die harmlos erscheinen, können das Leiden nur verschlimmern. Ein gutes Beispiel dafür sind Erdnüsse. Sie sind zwar reicher Nährstoffen, aber nicht jeder kann sich einfach darauf stürzen. Besonders bei Gichtpatienten, die oft mit Verdauungsproblemen zu kämpfen haben, sind Erdnüsse alles andere als ideal. Warum? Sie enthalten viel Fett und Öl, nicht gerade leicht verdaulich. Das Ergebnis? Völlegefühl und eine überforderte Verdauung. Und das ist noch nicht alles. Erdnüsse können den Harnsäurespiegel im Blut erhöhen, was bei Gicht wie Öl ins Feuer gießen ist. Die Folge sind schmerzhafte, geschwollene Gelenke, die einem den Schlaf rauben können. Wer also Gicht hat, sollte die Finger von Erdnüssen lassen. Das ist kein Snack, sondern eine Einladung zu mehr Schmerzen. Und dann sind da noch die Diabetiker. Für sie sind Erdnüsse ebenfalls eine kleine Herausforderung. Warum? Ganz einfach. Diese kleinen Dinger sind wahre Energiebomben. Schon 18 Erdnüsse entsprechen etwa 10 Gramm Speiseöl. Und das kann schnell dazu führen, dass die tägliche Kalorienzufuhr durch die Decke geht. Aber genau das sollte man bei Diabetes vermeiden, da sonst der Blutzuckerspiegel Achterbahn fährt. Dazu kommt, dass das viele Fett in den Erdnüssen die Leber und die Bauchspeicheldrüse belastet. Menschen mit Bluthochdruck, einem hitzigen Stoffwechsel oder ohne Gallenblase sollten übrigens auch einen großen Bogen um Erdnüsse machen. Warum? Sie passen schlichtweg nicht in eine fettarme, leicht verdauliche Ernährung. Jetzt zu einer anderen Knolle, die jeder kennt und liebt. Süßkartoffeln. Diese vielseitige Knolle kann man kochen, backen, frittieren oder dämpfen. Und sie schmeckt immer. Aber Süßkartoffeln sind nicht nur lecker, sondern auch ein echtes Kraftpaket an Nährstoffen. Sie stecken voller Beta-Carotin, einem starken Antioxidans, das der Körper in Vitamin A umwandelt. Und was macht Vitamin A? Es schützt die Schleimhäute und verhindert, dass Bakterien oder Schadstoffe leicht eindringen. Wer regelmäßig Süßkartoffeln isst, stärkt damit sein Immunsystem und wird weniger anfällig für Infektionen. Aber das ist noch nicht alles. Süßkartoffeln haben auch einen Ruf als Krebsbekämpfer. Japanische Wissenschaftler haben in einer groß angelegten Studie herausgefunden, dass Süßkartoffeln zu den wirksamsten Gemüsesorten gegen Krebs zählen. Ein regelmäßiger Verzehr kann das Immunsystem pushen und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Besonders beeindruckend ist auch ihre Wirkung auf die Verdauung. Bei Verstopfung oder Verdauungsproblemen schwören viele ältere Menschen darauf, Süßkartoffeln zu essen. Und das zu Recht. Dank ihrer Ballaststoffe und anderen Nährstoffe fördern sie die Verdauung und schaffen ein gesundes Gleichgewicht der Darmbakterien. Und jetzt aufgepasst! Süßkartoffeln sind sogar für Diabetiker geeignet, obwohl sie süß schmecken. Ihr Geheimnis? Sie haben einen niedrigen glykämischen Index. Das bedeutet, dass sie den Zucker im Blut langsamer freisetzen als andere stärkehaltige Lebensmittel. So bleibt der Blutzuckerspiegel stabil und das Risiko für Insulinresistenz wird reduziert. Für Diabetiker eine echte Erleichterung. Aber auch hier gilt, nicht übertreiben. Natürlich gibt es auch bei Süßkartoffeln ein Aber. Menschen mit schwacher Verdauung oder hohem Blutzucker sollten vorsichtig sein. Wenn man zu viele Süßkartoffeln isst, kann der natürliche Zucker darin den Blutzucker in die Höhe treiben und die Bauchspeicheldrüse überfordern. Deshalb sollten diese Personen Süßkartoffeln lieber nur in Maßen genießen. Fazit. Erdnüsse und Süßkartoffeln sind zweifellos wertvolle Lebensmittel, aber sie sind nicht für jeden gleichermaßen geeignet. Es kommt immer darauf an, den eigenen Körper zu kennen und darauf zu achten, was einem gut tut. Nur so kann man das Beste aus diesen Lebensmitteln herausholen, ohne der Gesundheit zu schaden. Karotten sind eines der bekanntesten Lebensmittel in der vietnamesischen Küche und spielen eine unverzichtbare Rolle in vielen Familiengerichten. Diese Wurzelgemüse ist nicht nur leicht zu finden, sondern steckt auch voller wichtiger Nährstoffe, die der Gesundheit auf vielfache Weise zugutekommen. Einfach gesagt, Karotten bestehen hauptsächlich aus Wasser. Ja, das stimmt. Aber lass dich davon nicht täuschen. Sie liefern außerdem eine ordentliche Portion Ballaststoffe, die deine Verdauung auf Trab halten und dafür sorgen, dass dein Darm glücklich bleibt. Und das Beste? Karotten sind vollgepackt mit Vitamin A, C, Kalium und Beta-Carotin. Alles Zutaten, da die dein Immunsystem stärken, deine Augen schützen und deine Haut strahlen lassen. Wer würde nicht gerne so ein Wundermittel auf dem Teller haben, das günstig, gesund und super vielseitig ist? Jetzt zu den Vorteilen. Karotten haben eine beeindruckende Fähigkeit, das Risiko von Magenkrebs zu reduzieren. Einer Krankheit, die allein beim Namen schon Angst macht. Laut neuesten Studien kann regelmäßiger Karottenkonsum das Risiko, an Magenkrebs zu erkranken, um satte 26% senken. Kein Witz. 26%. Die in Karotten enthaltenen Antioxidantien, vor allem Beta-Carotin, wirken wie kleine Superhelden, die deine Zellen vor den fiesen, freien Radikalen schützen. Aber hey, bevor du dich nur noch von Karotten ernährst, sei gewarnt. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass noch weitere Studien nötig sind, um die optimale Menge und Verwendung zu bestimmen. Und weißt du was? Karotten könnten sogar eine wichtige Rolle im Kampf gegen Leukämie spielen. Eine spannende Studie hat gezeigt, dass Karottensaft das Wachstum abnormaler Zellen verlangsamen und sie sogar dazu bringen kann, sich selbst zu zerstören. Ja, du hast richtig gelesen, Karotten können böse Zellen quasi in den Selbstmord treiben. Klingt beeindruckend, oder? Auch wenn hier noch weitere Forschung nötig ist, gibt uns das einen guten Grund, Karotten im Auge zu behalten. Ein weiterer Pluspunkt. Karotten helfen, das Risiko eines Rückfalls bei Brustkrebs zu verringern. Studien an Brustkrebspatientinnen haben ergeben, dass ein hoher Karotinspiegel im Blut die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls deutlich senkt. Antioxidantien in Karotten wirken nicht nur entzündungshemmend, sondern stärken auch die Abwehrkräfte deines Körpers. Ein wahrer Schutzschild gegen die Rückkehr von Krankheiten. Und dann gibt's noch etwas. Karotten sind ein echter Segen für die Lunge. Dank ihres hohen Vitamin-C-Gehalts können sie das Risiko einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, COPD, senken. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig Karotten und andere vitaminreiche Lebensmittel essen, sogar Raucher, weniger anfällig für diese Erkrankung sind. Vitamin C, Beta-Carotin und andere Nährstoffe aus Karotten schützen die Atemwege und unterstützen die Lungenfunktion. Ist das nicht großartig? Aber Achtung! Alles in Maßen, auch Karotten. Da sie Beta-Carotin enthalten, die Vorstufe von Vitamin A, kann übermäßiger Konsum dazu führen, dass sich deine Haut orange-gelblich verfärbt, besonders an den Handflächen und Fußsohlen. Es ist nicht gefährlich, aber möchtest du wirklich wie eine wandelnde Karotte aussehen? Also immer schön ausgewogen essen. Besonders interessant! Karotten gehören zu den drei Wurzeln, die Ernährungsexperten wärmstens empfehlen, zusammen mit Süßkartoffeln und Erdnüssen. Diese drei sind nicht nur leicht anzubauen und erschwinglich, sondern stecken auch voller Nährstoffe, die dir helfen, gesund und fit zu bleiben. Und das Beste? Karotten sind super vielseitig. Egal, ob du sie in einer Suppe kochst, anbrätst, als Saft trinkst oder mit Fleisch schmoren lässt. Sie schmecken immer fantastisch und liefern wertvolle Nährstoffe. Zusammengefasst, Karotten sind die stillen Helden deiner Küche. Warum zögern? Füge sie noch heute deinem Speiseplan hinzu und genieße die vielen gesundheitlichen Vorteile, die diese erstaunliche Wurzel zu bieten hat. Probier es aus, es lohnt sich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017